Die Leute sagen, ist das noch lebenswert? Oh mein Gott, der kann ja gar nichts mehr. Ach du Scheiße, Krüppel. Der ist doch voll behindert. Ich sage, ich lebe, ich liebe, ich reise, ich genieße, ich fliege, ich arbeite, ich bin dankbar. Damit noch was geht, wenn nichts mehr geht. Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen. Jetzt informieren.